Hi, ich bin Martin Föhn und das ist meine One-Minute-Hommelie über neuen Drive im Leben. Bist du schon mal einer Person begegnet, die dein Leben auf einen Schlag umgekrempelt hat? Dies ist einer Frau passiert, die zur Zeit Jesu lebte. Sie holte Wasser am Brunnen und begegnet dort Jesus, der mit seinen Fragen und Antworten sie ganz in seinen Bann gezogen hat. So sehr, dass sie aus ihren alten Gewohnheiten und Denkmustern herausgerissen wurde und ihr Leben kriegte einen ganz neuen Drive. Nach dieser kurzen Begegnung war sie voller Freude und Elan und hat ihr ganzes Dorf begeistert. Jesus ist also so ein Typ, der mit seiner Klarheit, seiner Ausstrahlung und seinem Interesse am Mitmenschen ihren Leben innerhalb kurzer Zeit ganz verändern kann. Wie ist es mit dir? Wer zieht dich in seinen Bann und verändert dein Leben? Gib deinem Leben neu und reif. Ich bin gespannt auf deine Kommentare.